Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit letzter Schluss. Ja, dieses Mal irgendwie ein... Mal gucken, ob es überhaupt geht und wenn ja, wie gut. Wie gut funktioniert das aktuelle Raspberry Pi OS auf einem 10 Jahre alten Raspberry Pi 1? Mal gucken, weiß ich nicht. Gucken wir uns gleich mal zusammen an. Ich habe da ein bisschen was zu vorbereitet. Ja, bevor es losgeht, meine Selbstbeweihräucherungsseite, was ich sonst noch mache. Ich bin der Entwickler vom Softwareverteilungssystem M23, organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage und bin Dienstleister zu M23, Linux und freier Software. Letztendlich alles Mögliche, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Ich entwickle Software, ich mache Administration, Schulung, Support, Beratung, quasi alles. Dann gibt es auch noch den wöchentlichen Livestream in der Jean und Hauke Show auf Linux Guides. Guckt da einfach mal vorbei, was wir da so verzapfen. Und da ihr dieses Video ja schon seht, kennt ihr entweder meinen YouTube- beziehungsweise meinen Peertube-Kanal, der demnächst von DevTube auf Technics umzieht. Und hier zeige ich halt berufliche und private Projekte. Und zum heutigen Thema. Ich habe über die Jahre mehrere Raspberry Pis gesammelt. Am Anfang relativ viele von der Einser-Serie, weil ich irgendwie dachte, naja, das ist doch irgendwie eine tolle Sache mit diesen Dingern. Und wer weiß, wie lange es das noch mal gibt. Und da habe ich immer noch mal einen bestellt und noch mal einen. Und jetzt habe ich ja ein paar hier rumliegen, die ich nicht mehr so wirklich benutze. Der Raspberry Pi 1B. Den gab es ja schon vor 10 Jahren. Jetzt noch nicht ganz 10 Jahre, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video ja mache. Aber im April 2012 ist er halt rausgekommen. Die erste Version hatte sogar bloß 256 MB. Und dann im Juni, glaube ich, 2012, hatte das Ding auch schon 512 MB RAM. Ja, ich habe bloß die mit 512 MB RAM. Von daher habe ich irgendwie Glück gehabt. Habe ich nicht sofort mir so ein Ding bestellt, als es irgendwie verfügbar war. Und da drauf gibt es eine ARM11 CPU mit nur einem Kern und 700 MHz. Der wurde damals in China produziert und auch in UK, also England, United Kingdom. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich hier die UK-Version. Die kann man daran erkennen, dass die für den Kopfhöreranschluss so einen blauen Bubbel hat. Und die China-Version, die ich habe, hat schwarz. Also ich habe irgendwie ein paar, wo es schwarz ist, da steht immer China drauf. Und blau, das ist immer UK-Version. Kann jetzt reiner Zufall sein, dass es bei mir so ist. Vielleicht ist es immer so. Aber diese Uralt-Version von vor 10 Jahren, die wird heute eh keiner mehr haben wollen. Ja, denke ich mal. Aber wenn ihr es noch rumliegen habt, kann man noch ein paar kleinere Projekte damit machen. Und es gibt eben auch eine Legacy-Version von diesem Raspberry Pi OS. Was eben nicht auf dem Debian 11, sondern auf dem Debian 10 basiert. Die sollen auch deutlich besser wirklich auf dieser 10 Jahre alten Hardware laufen. Aber ich habe das Raspberry Pi OS, was auf Debian 11 basiert, mir schon mal vorbereitet. Ich habe hier so eine SD-Karte geschrieben. Da ist es drauf. Ich habe davon noch nicht gestartet. Und ich schließe jetzt das Ganze so an, dass ich die Capture-Karte wieder habe. Also das HDMI-Signal, was aus dem Pi 1 rauskommt. Das gucken wir uns halt live denn mal zusammen an. Und ja, mal gucken, was da passiert. Ja, jetzt brauche ich noch Tastatur und Maus, damit ich das Ding auch bedienen kann. Und dann geht es gleich los. Mal schauen. Oh, Mauszeiger. Der schwarze Mauszeiger, der kommt direkt von dem Pi. Ah. So, und er hüpft. Ja, Mauszeiger ist ja schon mal guuuuut. Hm. Ja. Ja, 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 ja. Oh, oh. Ah. Hintergrundbild. Hey. Mal gucken, ob es auch noch fürs Menü reicht. Ja. Ah. Okay. Hm. Äh. Ganz. Oh. Hallo, willkommen. Äh. Ja. Äh. Puh. Nein. Ich möchte. Oh. Okay, das haben wir. Ja. Kleine Verzögerung von ungefähr einer Sekunde. So, kann ich ein G eingeben? Bringt er zum G? Nein. Okay. Bild nach oben. Damit kann ich jedenfalls schon mal besser blättern. Oh. So, das war mal ein Treffer, ne? Genau. Berlin. So. Lieber mit Tastatur. Tab. 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 Wäre im Haus vielleicht doch schneller gewesen. Next. So, ähm. Gucken. Oh. Das geht sogar. Ich habe hier die, äh. Ja, diese Windows-Taste. Oder wenn ihr ein Pinguin drauf habt, die Pinguin-Taste genommen. Und. Was haben wir denn da alles? Boah. Na. Geben wir uns LibreOffice? Ja. Gucken. Mal gucken. Oh. So macht schreiben. Spaß. Tipp des Tages. Ähm. Ja. Ja, äh. Das möchte ich nicht. Oh. Also ein bisschen Verzögerung ist jetzt auch durch die Capture-Karte. Aber nicht so viel. Ja. Ja. Ja, ähm. Ja. Ähm. Also wenn ich jetzt sagen würde, dass es prinzipiell läuft, ist es nicht falsch. Aber zwischen Laufen und Benutzbar ist noch wirklich ein großer Unterschied. Also. Nein. Nein. Also lieber Finger davon lassen. Das, das bringt es wirklich nicht. Also für so einen Raspberry Pi 1 finden sich im Zweifelsfall irgendwelche anderen, ja, Verwertungszwecke. Vielleicht einen kleinen WLAN-Accesspoint mitmachen oder sonst irgendwas mit. Also man muss ihn ja nicht wegschmeißen. Er ist ja wahrscheinlich nicht kaputt nach der Zeit. Also keine Ahnung, warum die beiden davon nicht wollten. Vielleicht war ich jetzt einfach etwas ungeduldig. Aber grafischer Desktop drauf ist halt irgendwie nicht die richtige Anwendung dafür. war es eigentlich damals auch nicht wirklich. Ja. Ja, ja, ähm. Das zum Thema. Wir probieren mal aus, ob das funktioniert. Und wenn ja, wie gut, ähm. Funktioniert. Aber überhaupt nicht gut. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass das keine gute Idee ist. Viel Spaß beim Nicht-Nachmachen. Beim, ähm. Ja, vielleicht finden von anderen sinnvollen Projekten. Für so einen Raspberry Pi 1. Muss man ja nicht wegschmeißen. Aber grafischer Desktop ist keine gute Idee. Ähm. Ja, ansonsten, äh. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren und, äh. Glocke drücken und irgendwie so. Und, äh. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020